Stell dir vor, du bist im Flow. Du lebst dein Leben in Freiheit, außerhalb des Hamsterrads. Du bist gesegnet. Alle deine Ressourcen und alles, was du bist, werden zum Segen für dich und für andere. Göttliche Prinzipien säen und ein Leben ernten, das zu dir passt. Freu dich auf die nächste Serie im ICF München. Im Flow.